Jau, hallo und herzlich willkommen zurück zu Jedi Foreign Order. Da sind tote Klone. Ne, das ist ein Klon, der ist auch ein Klon. Aber das sind immer so diese, ähm, okay, ich weiß nicht wofür das ist, komm ich da, ich glaube nicht, dass ich an der Wand kann ich nicht laufen. Da fällt Kerl bloß runter. Was kann denn BD da überladen? Hast du noch Strom über BD? Ah, okay. Boah, das ist halt echt schwierig. Wir müssen über diese Lücke drüber. Aber ich glaube die Energie muss anbleiben. Wir müssen über diese Lücke drüber. Boah, das ist halt übelst tricky. Hier. 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 Was ist das? Okay, ich probiere es mal so. Hey, BD! Wie er immer so herrschkommt. Ich bin so lustig. Okay. Aber auf jeden Fall dieses Rätsel damit bin ich fertig. Ich könnte sogar von hier aus da rüber springen. Aber die Frage ist, will ich das? Haltet ihn auf! Los, Attacke! Zurück! Bleib einfach zurück! Okay. Okay. Fall nicht zurück! Oh, 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 oh. Hey, BD! Hier drin! Da ist ein Twitter von mir. Ja. Sehen wir es uns an. Du wurdest aus FEDERS abgemeldet. Okay. Ich werde ja gesperrt auf Twitter. Ich habe jetzt nicht gesehen, was ich bekommen habe. Oh, noch mal eine. Kanto-Nika. Oh, da ist auch noch mal eine. Oh, du hast was gefunden. Krumm. Okay. Ich habe jetzt die Geheimnisse nicht entdeckt. Ich weiß nicht, ob das auch noch zu Benator-Wrack Zepho sehen? Frage ich schaltet. Ah, da drüben ist eins. Nice. Eine Stim-Ampulle. Willst du noch einen Stim? Und bitte schön. Ein Stim-Beherder freigeschaltet. Nice. Zwei von drei. Äh. Geheimnissen. Das finde ich gut, ne? Aber jetzt bin ich wieder an so einem Punkt, ich habe halt nur 86% davon erforscht. Was fehlt mir denn da noch? Ah, da ist noch eine Erinnerung. Es tut mir leid, Meisterin. Eine Meisterin starb bei ihm. Er hat sie bestmöglich beerdigt. Ein Scheiterhaufen war zu gefährlich. Hier die Grab. Immer noch 86%. Ah, Mist. Kann fast drüberspringen. Ja, ne, da muss ich nochmal von Neuem reingehen. Das hat keinen Wert. So, ne, da drüben komme ich auch nicht hin. Ich brauche Hilfe. Gute Arbeit, BD. Ich brauche Hilfe. Gute Arbeit, BD. Und da wieder rein. den rest habe ich schon da geht es rein oder nie da geht es runter ah ok das ist der punkt dann gehe ich der liebe wieder hoch aber dann bin ich mit sehr wohl fertig eigentlich ich will schon sagen ist es noch mal einer aber das ist ja der eine dann muss ich ja aber wo muss ich denn jetzt hin ach so ich muss darüber ok also ich hier unten ist anscheinend auch noch so ein punkt da war ich noch nicht drinnen darum kann ich hier die 100 prozent noch nicht haben flackert so schön elektrische leitung jemand hat sich hier vor klonen versteckt bei einem angriff ja ich bin okay einfach nur erinnerung sie nehmen ihn halt wahrscheinlich auch einfach nur ein bisschen auch da hinten wieder die kopfgeräger aber wo genau ist denn jetzt wo genau ist denn jetzt das geheimnis ich bin bereit für dich ich bin bereit für dich dass ich mir noch nie passiert dass es noch nicht vorbei sein achte auf deine füße hier die hilfst du mir mal bd gut gemacht du machst mir keine sorgen du machst mir keine sorgen ja Brunzie 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 BD, hier! Klasse Blindgranate! Die stammten sowieso nur im Weg. Nimm Platz! Oh, jetzt hast du ein Problem. Geht's nah hin, Jedi! Unter technisch Jedi! Gemiesest! Geht so was heute als geht? Und mit dem hatte ich Probleme gehabt. Meine Güte. Fehlerhaftes Protokoll besiegt, meine ich. Okay. Also eigentlich habe ich ja jetzt alles erkundet, ne? Äh, wo ist denn... Da ist aber noch... Ist das eine Tür? Ja. Ne, da geht's dann runter. Ach ne, das ist der Kasten, den ich da benutzen kann. Hm, da komme ich dann irgendwo wieder raus und da springe ich dann da rüber. Und dann komme ich wieder da runter. Okay. Hier sieht's mir halt nicht so aus, als wäre da irgendwie noch was dran. Aber irgendwo da. Ich habe aber auch nicht beim hier runtersurfen, dass da irgendwie quasi eine Art Nebenschacht gibt und dann komme ich da so hin. Da muss ich jetzt hier nochmal rum suchen. Ich glaube ich habe es gefunden. Aber ich habe zumindest da was gesehen. Ach so Mist, ne? Hm. Schwierig. So, jetzt bin ich hier. Und zwar... Ich glaube... Ich muss mich jetzt da rüberschwingen. Ich muss mich jetzt da rüberschwingen. Meisterin, was ist mit Ihnen? Ich weiß nicht. Da war eine Übertragung. Ihr blutet. Ihr blutet. Jetzt habe ich es fertig. Benatorbrack abgeschlossen. Aber jetzt muss ich dann einmal komplett aus... äh... komplett einmal durchlaufen, ne? Aber wir sind fertig beim... Ja. Ich denke mal, dann werde ich nachher noch... Nach... Hier Abschlussstelle dann noch erkunden oder noch weiter mal weitersuchen. Ich meine, da gibt es auch noch ein paar Sachen, die ich noch nicht geguckt habe. Ich weiß auch nicht, wie weit die Abschlussstelle geht. Und dann gucke ich mal hier noch irgendwo. Kaputter Flügel. Ja, 92% erkundet. Da ist doch noch irgendwo was.